Eines der größten und ältesten Weingüter Deutschlands leiten zu dürfen, Teil einer 700-jährigen Stiftung zu sein, deren Aufgabe es ist, alten Menschen Gesundheit, Pflege und ein Zuhause zu geben, das ist schon eine tolle Aufgabe, das erfüllt mich schon mit Stolz. Das Beste daran ist aber, mit einem Lagenportfolio, das seinesgleichen sucht und einem dynamischen Team so großartige Weine kreieren zu können. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik